Hallo liebe Abonnenten, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Vlog zum Thema Depression. Mittlerweile sind wir angekommen in Teil 3. Im ersten Teil hast du gesehen, wie es mir ging, als ich ganz unten war. Im zweiten Teil hast du mitbekommen, wie ich mir einen Weg gesucht habe, aus dem Tal rauszukommen. Und heute in der heutigen Ausgabe möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was für Leutchen mit der Krankheit Depression wirklich ein großes Thema ist. Das ist ein sehr komplexes Thema, ich probiere dies aber relativ kompakt zu halten. Ich möchte dir einfach zeigen, was ich in der letzten Woche für mich rausgefunden habe. Wie gesagt, das ist alles was Objektives, das sind Punkte, die bei mir funktioniert haben. Ich übernehme keine Garantie, dass das Ganze bei dir funktionieren wird oder bei deinen Freunden oder bei deiner Freundin oder bei deinen Bekannten, nenne ich es einfach mal. Gut, liebe Leutchen, wo fangen wir an? Thema Emotionen. Für die Leutchen, die nicht erkrankt sind, die können mit Emotionen sehr viel anfangen. Die wissen, was es heißt, traurig zu sein. Die wissen, was es heißt, Freude zu empfinden, verliebt zu sein, glücklich zu sein, Hass zu empfinden. Leider ist es aber bei Leuten, die unter Depressionen leiden und Medikamente nehmen. Schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Antidepressiva, musst du dir vorstellen, ist wie ein Nebel. Das heißt, die vernebeln dir so billiges Gehirn, kann man das so sagen, ja kann man schon so sagen, die legen den Schleier über jede Emotion rüber. Das ist gut bei Negativen wie Wut, Hass, Trauer, Unzufriedenheit, extreme Selbstkritik und so weiter und so fort. Legt einen Schleier rüber und das führt dazu, dass die Betroffenen aus dem Tal schneller wieder rauskommen. Die bleiben nicht da unten, die verharren nicht auf den Emotionen, sondern die empfinden das nicht so extrem und kommen dadurch wieder schneller nach oben. Kehrseite der Medaille ist allerdings positive Gefühle, Glück, Freude, Liebe, ihr merkt schon, kommt richtig viel Positives raus. Allgemein happy sein, wirklich in der Früh aufzustehen und zu sagen, hey heute ist ein geiler Tag, das kommt auch nicht so durch. Also du wirst zwar unten abgefangen, wirst aber oben eingebremst und das ist Mist. Bei Medikamenten ist es ungefähr so, von meinem Empfinden her, dass du ungefähr auf einer Reichweite von 50 bis 75% in beide Richtungen arbeitest. Das heißt, du schlägst nicht komplett auf den Boden, du gehst aber auch nicht oben durch die Decke durch. Du wirst eingebremst von den Medikamenten. Das ist gut, gerade wenn du eine Therapie beginnst, ist das gut, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Dadurch, oder die Medikamente helfen dir erstmal auf ein Nulllevel zu kommen, wo du dann drauf was aufbauen kannst. Negatives ist aber, da habe ich auch auf euch gehört, ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, Thompson, überleg dir mal die Medikamente runter zu schrauben und dir wird es besser gehen. Ich habe mit meiner Ärztin gesprochen, wir sind da so sehr offen, sie lässt mir auch komplette Handlungsfreiheit, weil ich halt schon sehr viel Erfahrung habe bei dem Thema und wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gut, dann schraube ich die Medikamente runter und wenn ich das Gefühl habe, mir geht es schlecht, dann habe ich sie wieder hochgeschraubt. Und so war das halt immer so ein Auf und Ab. Bei den Medikamenten ist es so, falls du selber vielleicht gerade am Anfang stehst, Antidepressiva brauchen ungefähr vier Wochen, bis sie ihren Spiegel erreichen. Das heißt, wenn ich heute meine Medikamente runterschraube, spüre ich erst in vier Wochen die hundertprozentige Veränderung. Nicht morgen, nicht übermorgen, erst in vier Wochen. Und da kann ich dir nur sagen, beobachte dich selbst, schreib wie gewohnt alles auf, nimm alles mit und hinterfrag auch deine Gefühle. Denk über den Tag nach und schau, was fühlst du, wie fühlst du, wie stark ist das auf einer Skala. Probier das alles irgendwie einzugliedern und dadurch bekommst du selber für deinen Körper und für dich ein deutlich besseres Gespür. Nämlich, du kannst am Ende des Tages sagen, heute war ein guter Tag oder heute war ein schlechter Tag und ich habe mich so und so gefühlt. Das ist wichtig. Du musst dich selber immer wieder hinterfragen. Das ist ein Prozess. Es ist nicht so, dass die Medikamente dir die Arbeit abnehmen, sondern die helfen dir nur. Bei mir war es aber so, dass die Medikamente mich eingebremst haben. Ich meine, ich habe die jetzt seit 2008 genommen, das sind jetzt schon stolze acht Jahre und ich habe die Heilung aus jetziger Sicht auch zu sehr auf die Medikamente ruhen lassen. Also ich bin zur Therapie gegangen, ich habe mein Zeug gemacht, aber ich dachte immer, ja die Medikamente helfen dir. Und das ist falsch. Das ist falsch. Die Medikamente lindern die Symptome, aber die heilen dich nicht. Das musst du selber machen. Und diesen Ehrgeiz habe ich in mir auch aufgrund der letzten Videos, auch aufgrund der letzten Zeit wirklich selbst für mich entdeckt. Ich bin aktuell an dem Punkt, wo ich sage, das erste Mal in meinem Leben arbeite ich wirklich an mir. Und das zu 100%. Und auch mit aller Unterstützung, die ich bekommen kann. Also da sei es ein Miss X zu nennen, die mich extrem unterstützt, Pupsi, der mich extrem unterstützt. Und auch meine Therapeutin, die sobald ich um Hilfe schreie, sofort sagt, ja kein Problem, übermorgen, ich habe einen Termin, kommen Sie vorbei, reden wir miteinander. Das ist wichtig. Du musst gerade, wenn du anfängst Medikamente runterzuschrauben, musst du arbeiten. Weil da kommt vieles durch. Da kommt vieles Positive durch. Da kommt aber auch vieles Negative durch. Und das musst du probieren einzugliedern. Das musst du probieren zu verarbeiten, einzuordnen, für dich selbst einen Weg zu finden. Gut. Jetzt muss man ganz kurz überlegen, weil ich habe mir wie gewohnt nichts vorbereitet. Das ist alles Freestyle, was ich hier mache. Ich habe, passt mal auf, zum einen, ich habe die Medikamente runtergeschraubt. Jetzt seit nunmehr, das sind jetzt dreieinhalb Wochen ungefähr. Das heißt, ich habe jetzt meinen Spiegel erreicht. Oder nahezu erreicht, sagen wir mal zu 95%. Die halbe Woche, die lege ich noch drauf. Aber da würde jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Und mir geht es gut. Ich nehme eine sehr geringe Dosis aktuell. Wirklich eine der geringsten Dosen überhaupt. Ich nehme so wenig Medikamente wie schon seit Jahren nicht mehr. Und es ist sehr viel durchgekommen. Es ist sehr viel Positives durchgekommen. Ich bin mir vielen Dingen bewusst geworden. Ich habe viele Dinge für mich entschieden, die auch wichtig sind. Es sind aber auch Emotionen durchgekommen, wo ich mich selbst hinterfragt habe. Was zum Henker ist da gerade los? Was kommt da durch? Weil da wird vieles durchkommen, womit du als Erkrankter im ersten Moment nichts anfangen kannst. Bei mir war es so, und es gibt bestimmt vielen da draußen auch, ich habe vieles von mir runtergeschluckt. Also positive Sachen habe ich zugelassen, weil es ist ja was Schönes. Negative Sachen habe ich runtergeschluckt. Sei es zum Beispiel eine Angst vor mir. Ich bin ja offen und ehrlich mit euch. Ich habe in einer Partnerschaft sehr viel Angst, verlassen zu werden. Und ich habe mich immer hinterfragt, woher kommt diese Angst? Ich meine, Angst hat jeder. So ein bisschen, so ein minimales Tröpfchen, so nach dem Motto, oh mein Gott, wenn ich jetzt Scheiße baue, könnte sie vielleicht weg sein oder so. Ich glaube, das hat jeder schon mal gedacht. Das ist ja völlig normal. Aber wenn diese Angst größer wird, nimmt die halt einen viel zu großen Raum ein und raubt dir extrem viel Kraft. Du kannst dich nicht auf deine Zweisamkeit konzentrieren, weil immer so im Hinterkopf ist, ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist die Person weg. Und das setzt dich so dermaßen unter Druck, dass du anfängst, alles zu perfektionieren, dass du probierst, überall 110 Prozent, anstatt nur der 100 Prozent zu geben. Du kannst nur 100 Prozent. Du kannst nicht 110. Du kannst nur das geben, was du zu leisten imstande bist. Bei negativen Sachen ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war auch noch vor oder weil er so, wenn mich was angekotzt hat, habe ich es runtergeschluckt. Habe ich mir gesagt, ja, wenn ich jetzt Mund aufmache, ist es was Negatives, was dazu führt, dass die Person an meiner Seite gehen wird. Dadurch fängt man an, Dinge runterzuschlucken. Das ist nicht nur bei einer Zweisamkeit so, das ist auch bei wichtigen Freunden so, dass man Freunden vielleicht nicht, ihr kennt den Begriff bestimmt, ich möchte dir nicht zur Last fallen. Hast du 100 pro, wenn du betroffen bist, schon mal jemandem gesagt, du, ich komme klar, ich möchte dir nicht zur Last fallen. Das ist auch, das ist einer der Punkte, dass du Angst hast, wenn du dich öffnest, dass derjenige dir das übel nimmt und geht und du am Ende allein dastehst. Demzufolge schluckst du dich selber runter. Und das, liebe Leutchen, ist falsch. Das, liebe Leutchen, ist falsch, weil sich in dir, in dir selbst, staunen sich Emotionen auf. Das wird immer, 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 immer mehr. Und diese Emotionen lösen in dir selbst Stress aus. Und wir wissen aus der zweiten Ausgabe, Stress ist ein Punkt, wo depressive Leute ein übelstes Problem mithaben. Du musst dir vorstellen, du hast inneren Stress aufgrund von unterdrückten Emotionen und jetzt kommt eine Situation, mit der du nicht umgehen kannst. Du bist auf dem Stresslevel und packst noch was drauf. Das heißt, der Weg, hier oben ist dann der Zusammenbruch, der Weg ist extrem kurz. Du hast einfach nicht mehr diesen Spielraum, den du, den normale Menschen einfach haben, die sagen, ich komme von unten, jetzt kommt eine Situation, die ich, äh, die für mich ungewohnt ist, die für mich unangenehm ist. Ah, ich habe sie gemeistert, gut, ich habe es geschafft. Die kommen gar nicht an das Level. Wenn aber ein Depressiver schon diese Emotionen unterdrückt, ne, du fängst ja schon hier an und dann kommt noch was dazu. Bam, bam, bam. Dann ist Schluss. Dann kommst du so schnell an das Dach, dass du einfach ruckzuck zusammenklappst. Und das verstehst du in dem Moment nicht, weil du möchtest ja funktionieren. Du möchtest ja niemanden zur Last fallen. Du machst ja den Stress in dem Moment aber selber. Und, ähm, ich habe festgestellt, ich habe auch mit meiner Miss X, wir haben sehr viel gesprochen. Und ich habe mehr durchgelassen. Ich habe nicht nur Positives durchgelassen, sondern ich habe halt auch Kontra gegeben. Ne, ich habe, wenn mich was aufregt, mache ich den Mund auf. Und wenn ich mir, ähm, ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, das ist so, wie erkläre ich euch das am besten? Ähm, nehmen wir mal an, in 0815 Beispiel, ähm, was ich aber nicht mache. Ich lasse die, ich lasse den Klodeckel oben. Ich lasse den Klodeckel oben. Genau. Und, ähm, ne, lasse ich nicht. Wie erkläre ich euch das am besten? Es ist echt kompliziert, seine Gedanken in Worte zu fassen. Ähm, es gibt Menschen, denen du wichtig bist. Die haben Verständnis für dich. Die nehmen auch Rücksicht auf dich. Ganz wichtig, ne? Wenn du jetzt jemanden triffst, dem du egal bist. Und, ähm, es gibt manche Menschen da draußen, die suchen nur bei dir nach einem Grund, nach einem Fehler oder nach einem Missverständnis und nehmen das als Anlass, um zu gehen. Diese Leute, die würden aber, die haben selbst nicht den Mut dazu, zu sagen, zum Beispiel, du lässt den Klodeckel offen, ich gehe jetzt. Das ist total ballerballer, ne? Also, aus so einem Grund zu gehen, ist das Dümmste überhaupt. Ähm, und die Leute, die würden aber auch gehen, jetzt muss ich die Kurve kriegen, wenn du Emotionen durchlässt. Das heißt, äh, Leute, denen du wichtig bist, die bleiben. Die bleiben sowieso. Die bleiben auf jeden Fall, weil die setzen sich mit der Situation auseinander, die setzen sich mit dir auseinander, die respektieren dich, die nehmen Rücksicht auf dich. Leute, denen du unwichtig bist, die nehmen den kleinsten Punkt dazu, drehen das Ganze rum und machen dir einen Strick daraus. Hast du bestimmt auch schon mal irgendwie erlebt, ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. Und, ähm, ich möchte dir einfach nur sagen, lass Emotionen zu. Klar, wenn du Medikamente nimmst, wirst du merken, du kommst bis zu einem gewissen Grad runter oder hoch und dann kommt so ein, da kommt so ein Cut, dann ist Schluss. Das sind die Medikamente, die halt in dem Moment wirken. Unten ist es gut, oben ist es scheiße, ähm, und am Anfang helfen die dir. Wenn du aber dann später in der Therapie bist, ähm, dann ist es vielleicht besser, die Medikamente anzupassen oder die deine Empfinden anzupassen und auch auf einem Level zu belassen. Es ist nicht so, dass wenn es dir scheiße geht, du einfach mehr frisst und hoffst, dass es dir dadurch besser geht und genauso, wenn du oben bist, die ruckzuck absetzt. Du musst auf einem Level bleiben, weil nur so lernst du dich kennen und probier das Level so gering wie möglich zu halten und lass aber das, was durchkommt, lass das durch. Ähm, wenn du traurig bist, heule. Kein Problem. Wenn du umgeben bist von Leuten, denen du wichtig bist, die werden dich auffangen. Wenn du wütend bist, lass diese Emotionen durch. Sprich, äh, wenn dich was aufregt, gebe Kontra. Das ist ganz wichtig. Das ist auch für dich wichtig, weil du setzt in dem Moment Grenzen. Grenzen in der Beziehung, Grenzen in der Freundschaft. Die Leute um dich rum müssen sehen, dass du nicht einmal nur ein Spielball bist. Du bist einfach keine Maschine, du bist ein Mensch. Und jeder Mensch hat seine Grenzen. Und die musst du auch verteidigen. Du musst deine Grenze setzen, sagen, das kotzt mich an, Punkt. Fertig. Und die Leute, ähm, haben das zu akzeptieren. Genauso wie die Leute ja auch Grenzen setzen, die du wiederum akzeptierst. Ne, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und, ähm, sowas kannst du nur, wenn du Kontra gibst. Wenn du alles runterschluckst. Wenn du sagst, ja, ich hab jetzt Angst, vielleicht geht mein bester Freund, wenn ich jetzt sage, dass es Mist ist, was er mit mir macht oder so. Ähm, dann setzt du keine Grenzen. Dann lässt du alles mit dir machen. Und unterm Strich geht es dir noch beschissener. Es ist nicht nur so, dass die Emotionen an sich dich dann runterziehen, sondern du hast diesen inneren Stresspiegel aufgrund der unterdrückten Emotionen und du lässt weiterhin alles mit dir machen. Das heißt, das sind schon mal drei Punkte, die dafür Sorge tragen, dass es dir in Zukunft noch beschissener gehen wird. Und da musst du dagegen wirken. Bei mir ist es so, dass die, ähm, vor allem die Negativsachen, diese Angst, verlassen zu werden, diese Angst, allein dazustehen, ähm, dieses Runterschlucken von negativen Dingen, so nach dem Motto, ich möchte nicht zur Last fallen, ähm, ich darf es nicht Mund aufmachen, weil wenn ich Kontra gebe, habe ich Angst, dass du gehst. Die Leute würden, wenn du unwichtig den Menschen bist, die würden sowieso gehen. Leute, denen du wichtig bist, die respektieren deine Grenzen, die achten deine Grenzen und, ähm, dadurch ist es auch so, dass Freundschaften, dass Beziehungen mehr zusammenwachsen, weil, ähm, wirklich jeder seine Grenzen hat, jeder akzeptiert die Grenzen des anderen und das führt auch zu einem harmonischen Miteinander. Und es ist völlig, in einer normalen Beziehung, in einer normalen Freundschaft ist es vollkommen in Ordnung, dass auch mal die Fetzen fliegen. Man, man schreit sich mal an, man klärt aber dann die Punkte und am Ende ist es wirklich geklärt, das ist ein gelöstes Problem. Und, äh, solche Sachen, habe ich festgestellt, kannst du wirklich nur, wenn du, wenn du dich hinsetzt, wenn du dich selbst kennenlernst, wenn du Gefühle zulässt, egal in welche Richtung, ähm, und wenn du Leute auch mehr an dich ranlässt, ne, wenn du einfach sagst, du, mir geht's heute einfach scheiße. Scheiße, also mir geht's jetzt nicht scheiße, aber mir geht's heute einfach scheiße und dann wissen diejenigen, ah, okay, so und so ist es, es ist ja kein Weltuntergang, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber wichtig ist es, dass du das Gespür dafür bekommst, das mache ich einen auf Karl Dahl hier, dass du das Gespür dafür bekommst, ähm, was geht in deinem Körper ab, wie entwickeln sich deine Emotionen, äh, gehen sie nach oben, gehen sie nach unten. Und, ähm, wenn du das lernst, wo ich gerade noch mittendrin bin, wenn du dich immer wieder überwindest, zu sagen, ähm, das regt mich auf, ich mache jetzt hier den Mund auf, dann gebe ich dir Brief und Siegel, ah, in dir drin wird sich etwas festigen, nämlich ein sehr hohes Selbstwertgefühl, nämlich, dass du sagst, ähm, ich verteidige meine Grenzen, ich verteidige meine, meine Punkte, die ich abgesteckt habe für mich, äh, die für mich absolute No-Go's sind, wer da drüber geht, der verletzt mich, das auch offen sagen, wenn dich irgendwie, wenn dich dein bester Freund vier, fünfmal halt sitzen lassen, obwohl du gesagt hast, du, ich brauche heute mal Hilfe, dann sag ihm einfach, du, ich finde das scheiße, das hat mich extrem verletzt, weil ich mich auf dich verlassen habe. Und das zeigt ihm wiederum, dass er Scheiße gebaut hat und du sorgst dafür, dass die Emotion rauskommt, dass du nichts runterschluckst und dass du diesen inneren Stress der Emotionen abbaust. Weil das ist wichtig, wir kennen die Stresskurve, ne, und wir, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Kurve unten ist, die muss runterkommen, die muss auf ein normales Level kommen, dass wenn Situationen kommen, die neu sind, die fremd sind, wo du sonst Angst hast, denen du sonst aus dem Weg gehen würdest, dass du diese angreifen kannst, weil du einfach die Kraft hast. Bei uns depressiven Menschen ist es extrem wichtig, mit dem Energiehaushalt klarzukommen, also wirklich zu wissen, wo ist meine Grenze, ich kann nicht über 100% gehen und wenn, dann nur wirklich extrem kurz. Ich kann nicht konstant auf 110% arbeiten und erwarten, dass ich meine Krankheit besiege, das funktioniert nicht. Du brauchst dafür einen Energiehaushalt, du brauchst dafür Ruhe, du brauchst dafür vor allem Zeit und die Zeit musst du dir selber geben. Es bringt nichts, wenn du aufbiegen und brechen und ich muss heute und ich will heute, das geht nach hinten los. Mach kleine Schritte, aber festige die Schritte. Da auch nochmal ein Punkt, mal gucken, was sagt die Zeit aktuell. Abschluss, noch ein Punkt. Und zwar, du wirst feststellen, eigentlich wollte ich ja eine eigene Ausgabe draus machen, aber ich packe das jetzt hier mit rein, du wirst feststellen, dass du früher oder später an einem Tag ankommst, wo sich nichts tun wird. Du wirst weder das Gefühl haben, dass es weiter nach oben geht, du fällst aber auch nicht nach unten, du bist auf so einem Level angekommen. Und setz dich dann selbst nicht unter Druck, sage nicht, oh mein Gott, heute geht ja gar nichts voran, was mache ich jetzt? Oder entwickle eine Angst, dass es wieder nach unten geht. Probiere in dem Moment, das Level zu halten. Gerade wenn du Notizen machst, ist es ganz gut, dann an so einem Tag die Notizen zu nehmen, nochmal durchzulesen, um zu gucken, was du in letzter Zeit wirklich geschafft hast. Weil solche Tage sind ganz gut, sich selbst zu reflektieren. Einfach zu sagen, ich sehe jetzt den Weg der letzten drei, vier oder n Wochen und ich sehe, wo ich hergekommen bin und ich sehe, wo ich bin und ich sehe die Schritte dazwischen. Und das sorgt auch dafür, dass sich dein Empfinden, dein Gefühl für deinen eigenen Körper, für deine Emotionen festigt. Das ist wichtig. Das musst du festigen, weil gerade am Anfang ist das Ganze noch so wacker-wacker. Das ist ziemlich wackelig, das Ganze. Und du musst da selbst erstmal ein Vertrauen dazu entwickeln, dass die Emotionen, die durchkommen, dass die gut für dich sind. Dass sie dir helfen und dass die nicht dafür so getragen, dass Leute gehen. Wie gesagt, verabschiede dich von den Gedanken, dass wenn du den Mund aufmachst, dass Leute gehen. Die Leute würden auch gehen, wenn du den Mund nicht aufmachst. Die haben bloß einfach Schiss in der Hose. Die haben einfach Angst, diesen Schritt zu gehen. So kannst du halt auch bei Freundschaften sehen, wer ist wirklich für dich da und wer nicht. Weil jemand, ein guter Freund kann Kritik ab. Deine Freundin kann Kritik ab. Deine Eltern können auf jeden Fall Kritik ab. Mach den Mund auf. Sage denen das. Du sollst jetzt nicht rausgehen und jeder, der dir auf den Nerv geht, sofort Kontra geben. Probier das in kleinen Etappen aus. Und wenn du zum Beispiel mit deinem besten Freund dich ausgesprochen hast, ihr habt euch gegenseitig Grenzen gesetzt, die ihr auch gegenseitig einhaltet. Das ist wichtig, weil keine Grenzen machen Sinn, wenn der andere trotzdem über die Grenzen rüber geht. Oder du redest mit einer Freundin darüber und ihr habt euch ausgesprochen. Dann gibt dir das auch mehr Selbstgefühl. Also du bekommst für dich ein besseres Gespür, dass es gut ist, was du gerade machst. Und geh wirklich Schritt für Schritt. Räum Schritt für Schritt deine Punkte auf. Und dadurch, ihr seht es ja selber, du wirst selbstbewusst, du gehst mehr raus. Du weißt, dass wenn Leute wirklich gehen wollen oder wirklich aus deinem Leben gehen wollen und irgendwas aus Anlass nehmen, wie zum Beispiel du, die Klobrille ist oben, ich gehe jetzt. Die würden auch so gehen. Lass dir aus solchen Punkten nie einen Strick drehen. Und wenn du diese Emotionen zulässt, dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es so, dass so ein sehr starkes Selbstwertgefühl mit durchkommt. Das ist eine Nebenerscheinung, die kommt mit durch. Weil du einfach weißt, ich habe alles gemacht. Ich habe 100% gegeben. Ich habe die Grenzen des anderen respektiert. Er oder sie hat aber meine Grenzen nicht akzeptiert. Also ich bin nicht der Übeltäter. Und sei froh, dass solche Menschen gehen. Weil die bringen dich nicht weiter. Die stehen dir nur im Weg. So musst du denken. Und wenn du das verinnerlicht hast und die Emotionen mehr durchkommen, ich lerne auch immer noch. Es ist nicht so, dass ich jetzt rausgehe und so eine weiche Pupsi sagen würde, weißt du was, du bist ein Vollarsch. Ist Pupsi nicht, davon abgesehen. Aber ich brauche da auch noch Zeit dafür. Ich muss halt auch selber erstmal probieren. Ich muss meine Grenzen setzen. Das ist für mich auch wie, ich übe sehr viel. Nennen wir es mal so. Ich übe viel und für mich ist auch jedes Mal, wenn ich die Emotionen zulasse, immer noch eine Überwindung. Aber ich merke bereits jetzt, dass das der richtige Schritt ist. Dass das extrem viel Last wegnimmt. Ich habe wirklich, lass mich mal kurz nachdenken. Das erste Mal, wo ich Emotionen zugelassen habe, wo ich einfach Kontra gegeben habe und einfach gesagt habe, in dem Moment ist es mir wirklich egal, was passiert. War es so, dass ich das Gefühl hatte, wirklich das Gefühl, dass meine Stresskurve so nach unten geht. Also nicht nur so, sondern die ist senkrecht runtergefallen. Weil ich einmal gemerkt habe, da hat sich so vieles angestaut. Und gerade das, was wir sonst runterschlucken aus Angst, aus Scheu oder aus Schamgefühl. Dass ich sage, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht sagen und ich bin ja nein und ich möchte niemand zur Last fallen. Wenn du das rauslässt, hast du, ich würde fast behaupten wollen, 40% der Krankheit besiegt. Das hört sich echt bescheuert an, aber Emotionen, innere Konflikte, die nur bei dir sind, das steht nicht auf deiner Stirn, das sehen die Leute um dich rum nicht, dass du mit dir selber einen Konflikt hast. Aber wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann kannst du die nächsten Schritte angehen. Und die Schritte werden dir einfacher fallen, weil du mit dir selbst wirklich komplett auf einer Ebene bist. Und das beschwingt dich wieder, das ist total komisch. Du gehst einen Punkt an und bei mir ist es so, ich habe einen Punkt gelöst und ich konnte dann, als ich meine Punkte durchgelesen habe, dachte ich mir so, ja warte mal, das hängt doch zusammen. Nächstes Häkchen. Das hat doch auch damit zu tun. Also man erkennt sehr viele Zusammenhänge, die alle auf genau dem Ursprung beruhen, nämlich runtergeschluckte Emotionen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Es ist sehr komplex, das Thema. Ich glaube, über das Thema könnte ich eine Stunde reden, ohne, ja ohne, dass wir weiterkommen, nee, ohne, dass ich wirklich alles abgedeckt habe. Ich kann nur sagen, liebe Leutchen, zusammengefasst nochmal, danke. Danke an euch da draußen, danke für die vielen E-Mails, das hört nicht auf. Und das finde ich genial. Es öffnen sich immer mehr Leutchen mir. Ich habe auch mit einer YouTube-Kollegin, schreibe ich auf Facebook so ein bisschen, es ist auch ganz gut, wirklich so das Gefühl zu bekommen, wenn man seine Krankheit bei anderen sieht. Und man kann denen halt ein bisschen was mitgeben. Man weiß halt aufgrund von Erfahrungen, das ist nichts, was ich irgendwie aus dem Buch raushole. Das ist alles Selbstexperimente, das ist alles Selbstversuche und was bei mir funktioniert, gebe ich euch weiter. Auf der anderen Seite kann ich dir halt auch sagen, was nicht funktioniert. Wie zum Beispiel, schluck dir Zeug runter, fress mir Medikamente, das bringt nichts. Und ich möchte einfach, dass wir weiterhin dieses Miteinander weiter pflegen. Also ich bedanke mich bei allen Leuten da draußen, die irgendjemanden in ihrem Umfeld haben, den sie aktuell unterstützen, weil ihr seid extrem wichtig. Gute Freunde findet man nicht an jeder Ecke. Eine gute Freundin findet man auch nicht an jeder Ecke, sondern solche Menschen sind selten. Und gerade Leute, die so eine Zeit mit durchstehen, da gibt es nichts auf der Welt, was so eine Freundschaft, so eine Beziehung auseinanderbringt. Gibt es nicht, weil solche Zeiten sind extrem schwer. Wenn man sich einen Arm bricht, der ist nach sechs Wochen geheilt. Aber wenn es hier oben gebrochen ist, das ist in sechs Wochen nicht ganz. Das braucht Zeit. Und wenn du Leute hast, die durch diese Zeit dich begleiten, aus die Leute kannst du dich dein Leben lang verlassen. Das ist wirklich so. Also, liebe Leutchen, ihr seht's, mir geht's gut. Ich nehme euch weiterhin an der Hand. Ich bedanke mich nochmal bei euch da draußen, natürlich auch bei Pupsi und halt zu guter Letzt bei meiner Miss X. Ja, ohne euch, ihr wisst es selber, ne? Würde der Tom so ein bisschen blöd dastehen? Es ist aber auch so, dass ich für mich halt auch gesagt habe, ich muss auch meinen Weg gehen. Aber ich gehe den Weg nicht allein. Nein, wissentlich nicht allein. Aber würde jetzt Pupsi zum Beispiel sagen, du, ich komme damit nicht klar, muss ich den Weg weitergehen? Das ist auch mein innerer Ehrgeiz. Ich muss den Weg weitergehen, weil wenn ich da an der Stelle stehen bleibe, habe ich nichts gewonnen. Ich will ans Ziel kommen. Und diesen Antrieb, den hast du wirklich, wenn du siehst, es gibt Erfolge. Und wenn du siehst, es gibt keinen Erfolg, stabilisiere das Ganze. Halte das Ganze auf ein Level. Guck dir die letzten Wochen an. Was hast du erreicht? Wie ging es dir noch vor ein paar Wochen? Wie ging es dir heute? Ich meine, ich werde meine Videos wieder anschauen und ich werde sehen, wie krass dieser Unterschied ist. Wie krass der Unterschied zwischen 1 und 2, den Ausgaben ist, und zwischen 2 und 3. Bei 2 habe ich so, ah, mal gucken, mal hier, mal da. Und ihr seht es jetzt, ich erreiche, ich breche in Punkten durch, wo ich sage, diese Tür habe ich eingetreten und das, was dahinter ist, geil, das nehme ich mit. Das gibt mir Schwung, das gibt mir Motivation und dadurch ziehe ich halt auch andere Leute auch mit. auch immer im Umkreis, wenn ich merke, hey, dann geht es nicht gut, komm, gib mir deine Hand, wir gehen den Weg zusammen. Weil alleine gehen ist nicht schön. Muss auch nicht sein. Nehmt eure Leute mit und wie gesagt, Dank an alle da draußen, die aktuell jemanden haben, den sie die Hand halten, weil ihr seid top. Solche Leute gibt es leider viel zu wenig. Gut, liebe Leutchen, ich würde mal sagen, ich entlasse euch jetzt in ein wunderschönes Wochenende. Ich werde fleißig weiter notieren, ich werde fleißig mir weiter Gedanken machen und wenn ich wieder so etwas habe, wo ich sage, das hilft mir weiter, dann lasse ich das dich da draußen, euch da draußen, dich da draußen, euch da draußen, auf jeden Fall wissen und falls was sein sollte, falls du selbst erkrankt bist, schreib es in die Kommentare. Wenn du irgendwie einen Rat oder sowas brauchst, ist es zu persönlich, egal in welche Richtung das geht, schreib mir ruhig eine E-Mail, findest du alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Scheu dich nicht. Der Weg oder der Schritt, sich zu öffnen, ist der schwerste Schritt überhaupt. Wenn du dir selber eingestehst, ich brauche Hilfe, hast du den ersten Schritt getan und danach, nach dem Schritt, ist jeder Schritt bereits in Richtung Heilung. So musst du das Ganze sehen. Einen Schritt nach dem anderen und wir gehen jeden Schritt gemeinsam. Gut, liebe Leute, ich bin jetzt raus, ich packe mein Zeug, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne und werde jetzt, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, es wird Zeit. Ja, wir werden jetzt verschwinden. Also, vielen Dank für eure Hilfe, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wie gewohnt, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, vielleicht schick ihm das Video, vielleicht hilft es ihr oder ihm auch ein bisschen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Thompson redet über ein Thema, was nicht so bekannt ist, aber wir kriegen die Kurve gemeinsam, wir gehen den Weg gemeinsam. Also, bis dann. Ciao, ciao. Dein Tom. 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 Vielen Dank.